hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen weiteren folge rocket league mit dem puck wussten wir dass wir das spielen werden nein warum ist mein rocket league so still jetzt so knapp gerettet hat er den ja warum wohl meine schöne vorlage junge der gegner ich hab den bis dahin gebracht der wäre auch so bis dahin gekommen also bin ich der meinung zumindest was war das denn habe ich den rausgeholt oder ist der vor selbst herausgekullert weil ich habe gerade so rückwärts salto gemacht da dachte ich hätte ihn berührt aus der rückwärts warum auch immer hast du dich gedreht ja was sie mit mir hintern berührt deswegen sonst wäre er daneben gegangen snitch blaster youtube 1 ja heißt der ja der hat ihn aber richtig gut berührt naja das war kein luck das war schon eindeutliches können eigentlich guck mal der typ heißt bruce lee guck mal wie bruce lee geschrieben wurde bruce der gute bruce was macht denn der puck da der liegt einfach nur da ja weil keiner drangegangen ist ne der snitch blaster schläft ja das nutze ich ja du hast schon drei tore geschossen das ist sehr gut jetzt muss ich auch mal was tun ich hab ja gesagt ne bei dir ist das langweiligste zu gucken ah die schnauze kauft ihr einen besseren pc dann darfst du auch aufnahmen machen ich wollte gerade sagen der will auch gar keiner machen wenn auch nur bei einem spiel wo ich gut bin die restlichen kann ich ja nicht gut gerettet bruce lee junge bruce lee und der snitch blaster steht immer noch da ja ne leute ja das gibt es doch gar nicht kommt naaa kommt zurück ja kommt nicht boah ja jawoll alter das gibt es doch nicht alter wie nice einfach nur ja gut das war ein botten dann wäre es ein spieler gewesen dann wäre es nicht so leicht gewesen kommt auf einen was für ein spieler ja theo hat das spiel betreten theo hat das spiel verlassen ja weil er gesehen hat dass 4 1 steht jawoll alter wie habe ich den denn reingemacht das weiß ich auch nicht aber ich hätte auch bereit gestanden pass mal auf das will ich jetzt mal sehen ach ich hab mich nochmal mit den rädern reingehauen alter vorne hä ja toll ja errungenschaft freigeschaltet mal links mal rechts habe ich auch wofür ist das keine ahnung warte ich guck mal ähm gewinne ein schneefrei match sowohl mit dem linken ne sowohl mit dem blauen als auch mit dem orangen team aha das haben wir übrigens nicht geschenkt gekriegt dann haben wir bisher noch nie im orangenen team gewonnen ja das stimmt boah Ballwolf Kappe drückt hast du nichts ne er hat es nicht angenommen wollen wir jetzt gegen bots spielen nein boah alter in weiß guck mal Janik guck mal wie das Auto in weiß aussieht warte oh hier wo bist du hier äh oh toll shit hast du nicht gesehen ne ne scheiße ja kurz gesehen aber ich konnte es mir nicht richtig angucken ja schade oh Kamikaze Nelly Meister warte ich geh dran oh shit da kam Kamikaze Nelly Zauberrei Zauberrei juhu wow wow Zauberrei oh shit zweimal Zauberrei gekriegt oh nein ahhhh ich kam nicht mehr dran ich kam nicht mehr dran daneben gesprungen mal wieder ich fahre jo ich fahre hinterher oh shit der ist scheiße geflogen oh ja boah das gibts doch einfach nicht wow ich wurde zerstört von Kamikaze Nelly mhm wow jaaaa sehr gut und ich krieg keinen alter das ist nicht dein ernst einen hast du nicht gekriegt kein Befreiungsschlag nichts oh 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 das war so klar kamikaze Nelly ich hab den nur mit der dummen Spitze getroffen heiße wie will das noch mit dem pflegen ja und kamikaze Nelly ist so ne richtig ich bin geil auf mich Tusse Typ oder was auch immer dass er sie seinen eigenen Videos immer durchlaufen lässt also hier Wiederholung drückt nicht hundertprozentig hat sie eben nicht gemacht wird sie in keinem anderen Aum machen guck mir aber auch immer meine Tore an Nö nicht immer oh ja NIT ich war viel zu früh hochgesprungen hatte keinen Boost jawohl jawohl jetzt ja nicht nein genau jawohl nein Da! Alter! Mach den! Ich stand im Weg, glaub ich, ne? Ich hab nichts mehr gesehen, weil sich die Kamera nach oben gedreht hat. Shit! Das gibt's nicht. Och Mann, ey. Kann doch nicht wahr, Stein, ey. Ich bin in die Kiste aber einfach nicht rein. Oh! Gold Rush The Game wird gerade gespielt von jemandem. Hopp, ich hab einen zerstört. Alter! Boah, Glück hat's. Das wär fast mein, meine Vorlage gewesen. Alter. Boah, Lars! Das ging in die Hose. Doch nicht. Es hätte in die Hose gehen können. Was hätte in die Hose gehen können? Komm! Alter! Ja, die ist echt... Diese Person ist sehr gut. War das Kamikaze, Nelly? Ja. Ich steh in der Mitte bereit. Nur mal so. Oh? Shit! Ich stand falsch. Abgeblockt geworden. Abgeblockt worden. Alter! Ey, der fliegt drüber. Au! Aua! Alter, der dreht sich wie ne Münze! Ja! Oh, ey. Ich krieg immer nur Mützen! Mützen! Jawoll! Oh, oh! Den hab ich scheiße berührt. Alter, dieser Bait ist aber auch nicht schlecht. Naja. In allen. So. Scheiße. Kommt in die Mitte! Lars, fahr in die Mitte! Wer ist denn in der Mitte gewesen? Ah, muss nicht. Jetzt! Jetzt! Nein! Hol ihn! Och, Mann! Ich dachte, du... Mann, du bist so ein Mongo! Ich bin extra da stehen geblieben! Oh, nein! Ich bin extra stehen geblieben, damit der zurückgeholt wird, damit der eine Spieler nicht drankommt. Und ich dachte, du reagierst da drauf, aber nein! Ah, nein! Da kommt der... Jawoll, Lars! Hast auch nichts gekriegt dafür, ne? Nö, äh... Befreiungsschlag. Oh, der kommt! Shit! Nee! Oh! Aber so Scheiße haben wir gar nicht gespielt. Die waren nur einfach besser. Ja, warte, der kommt! Nee, der kommt nicht. Oh, shit! Oh, da schießt der Ding da drüber, ey! Fug! Naja... Fugit! Reit! Ich würde gerne eine Revanche gegen die beiden... äh, gegen die drei spielen. Na, nur nicht mit Kevin Katzen, Kelly! Re... Revanche! Nee! Toll! Oh, Revanche! 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 La da hane na geparte! Meine Frau hat mich gefragt, wie lange ich noch mache. Du hast gesagt, bis du wieder kommst vom Tanzen. Und jetzt ist sie pissig? Janik, Janik, gucken, gucken, weiß, weiß. Warte! Ja, du hast nicht mich zerstört. Nee, aber Janik, also du kannst auch nicht gucken. Sieht geil aus. Hast du's gesehen? Hat was, ja. Gut. Weiß was nicht. Weiß was nicht. Snowdark, John Gotti und Lucky Guy. Ich hab übrigens gestern Justice League geguckt, oder vorgestern? Ja. 0,30 haben die beiden, die werden wahrscheinlich zusammenspielen. Lars! Ja, ich dachte, den krieg ich da drüber, aber... Der Puck fliegt nicht so schön hoch. Nee. Außer er ist schon mal in der Luft. Ja. Ja. Ich hab ihn zerstört! Nein! Jawoll! Meine Vorlage! Yes! Meine Frau lacht sich grad kaputt. Hör auf jetzt! Oh! Scheiße! Oh! Bam! Warum lacht sie sich kaputt? Weil ich mich so gefreut habe. Weil ich mich so gefreut habe. Achso. Man hat von dir nix gehört. Man hat nix von dir gehört. Kein Wort. Ja. Caro ist nicht so schlimm, wenn du redest. Nicht so schlimm, wenn du redest, hat er gesagt. Oh, der ist an mir vorbei! So haben wir endlich mal ne Frau in unseren Videos, weißt du? Sexobjekt. Die Quote muss ja... Und vor allem Sexobjekt niest. Boah! Sehr erotisch. Alter, rechts, links, rechts, links. Wenn ich mich mal hinkommen soll. Ja. In der Mitte am besten! Ja, war ich auch, aber... Der kommt! Der kommt! Der im Korso war aber schneller! Ja klar, ich hab ihr auch Vollgas gegeben. Nicht so wie du. Ja, und hat auch nichts gebracht. Was denn? Ich hab ihn nach vorne geballert. Ups! Ja! Lucky Guy! Genau! Lucky Guy! Auf jeden Fall! Könnt ihr ihn als meine Schuld bezeichnen? Obwohl ich hätte nie gedacht, dass das Ding so passiert. Oh! Will keiner! Alter Lars! Was denn? Oh shit! Der Karin von da hinten hat so beschissen getroffen. Das war ich! Meinst du, warum ich oh shit gesagt hab, du Mongo? Nein! Ich hab ihn gerettet. Und nochmal! Nee, kein Schub. Gar nicht. Ich hab die ganze Zeit null Boost. Ich auch. Hatte ich auch. Das ist voll ätzend. Weil die Wichser uns als den Boost geklaut haben. Was? Jetzt aber! Nee! Weg! Fick dich doch! Ja, was denn? Ich will ihn verteidigen! Geh weg! Ja, wenn ich aber an den Ball kommen könnte, wenn du nicht da... Dann den Ball! Genau! Versuch das mal! Ja, du bist parallel mit dem Ball gefahren! Kannst du übermorgen machen! Was denn für ein Ball?! Du bist so... Was? Was? Den hast du da hingeschaut? Alter! Ja! Du warst... Warum bist du denn hinter uns her gefahren? Versteh ich nicht! Ich fahre! Ja, warte! Warte! Fahr weiter! Fick dich! Ups! Janek, es tut mir leid! Alles gut! Das wollte ich nicht! Ich hab dir voll einen mitgegeben! Alter! Nein! Ich werd dir alles weggeknallt! Wer ist denn jetzt wieder... Diesmal ist Katertrepp vorbeigefahren! Ja, ich hab den einen zerstört! Und dann ist der Puck einfach so stehen geblieben! Jawoll! Jawoll! Oh nee, ne? Das gibt's doch nicht! Boah! Boah! Oh oh! Boah! Wieder an mir vorbei, ey! Ich hab ihn zerstört! Ey, das gibt's doch nicht! Boah! Alter! Wir haben so'n Lack! Ey! Vor allem die Treff... Entschuldigung! Alter! Ich werd nur noch durch die Gegend geknallt! Ey! Die kommt alles an den Puck dran! Shit! Ich hab ihn rausgeholt! Nein! Ach man! Alter! Ich werd nur noch gerammt, ne? Ja, ich auch! Boah! Freiungsschlag! Jetzt aber Vollgas nach vorne! Alle! Mitte! Bitte! Lars, du bist so'n... Wurde gerämpelt! Das wollte ich immer... Ja! Du hast mich angerammt! Du hast den anderen gerammt, du Depp, Alter! Wollte den Ball! Naja! Ich danke fürs Zuschauen, meine Freunde! Bis dahin! Ich wünsch euch was! Viel Spaß! Ich muss jetzt Tränenpistel gehen!